Und geht ab. So, da ist immer noch was. Oh, da hinten liegt einer. Gut, Ed. Noch mal Schwein gehabt. Aber was steht denn da auch rum? Und eine viel wichtigere Frage. Was gibt es hier denn noch? Habe ich irgendwo was übersehen? Also irgendwie was nicht rausgeholt oder so? Waren wir schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist beschwiegend wieder irgendwie sowas, wo ich die ganze Zeit dran vorbeilaufe. Was aber zu sehen ist. Okay. Na dann. Bisschen wir noch ein bisschen unsere Schiedsrichter. Nein. Boah. Im Farmhaus Versorgungsschwind. Ist das von denen das oder was? Ne. Die waren... Wo waren die? Ach da. Wenn überhaupt, ne. Also jetzt ist durchsucht. Okay. Gut. Naja, scheiße auf die Knarre. Einmal quer durch. Noch irgendwas verbindeter Ablenkungsmissionen hier. Dann wollen wir mal ablenken. Können wir mal ablenken. Ich bin auf die Knarre. Watch yourself out there. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Found this while I was out. Sweet. Gut. Jetzt gerade nicht großartig am reden. Jetzt noch die Ablenkungsmissionen und das andere. Und dann geht es weiter. Das Dumme ist, die Hauptmissionen lassen. Gerne auf sich warten, ne. Ach, bin ich doof. Ich war doch gar nicht dumm rumwollern. Und dann geht es weiter. Es ist gut, nicht wahr? Ich meine, es tut mir nicht so gut. Almost raus. Sit tight, ich bringe diese Sachen nach Hause. Achtung. Wir werden warten. Was macht eigentlich der Typ da? Toc! Der ist auch gut gestorben, ja. Schon wieder. Das ist ja schlimm, könnte ich nichts selber machen. Nehmen wir jetzt mit neun Millimeter hier. Laden wir nochmal nach. Können wir sonst irgendwas mit unserer Bude hier anfangen? So. Äh, okay. Die Daten voll ausgebaut. Naja. Dann... Wecken wir mal den nächsten. Dann sind wir wieder unterwegs. Zwölf Minuten, nicht immer nur 30 Sekunden, ist unser Warn schon wieder angesaut. Ich habe eine Transmission kommen in, ich glaube. Können Sie jemanden... Ich habe diese Arschlösen. Led ist vorhin. Wah. Aber Clay. Okay, du bist sicher. Los geht's, los geht's. Okay. Ich glaube, ich bin bereit, um nach Hause zu gehen. Immer diese Lutscher. So, und wer hat da eben was gesendet? Was hat es, was hat das Geld, um nach Hause zuейчас klingeln? Okay. Hier ist es. Ja, danke. Wir haben es von hier. Jude geborgen. Äh, Jude. Ich schaffe eine Ablenkung, Zombies wegzulocken. Okay, dann machen wir das auch nochmal. Weil es so schön war. Okay, schau dich da. Ja, den Ruhm bekommen wir ja durch die Missionen, die wir hier machen. Uns ein Dried, was sie nicht selber machen können. Ja. Das ist alles so ein bisschen, ja, eintönig gerade. Weil es einfach nicht weitergehen will, anscheinend. Ich hoffe, wir stecken jetzt hier nicht in so einer, äh, du hast die Mission verkackt, sondern deswegen gibt es nicht weiter Kacke. Na, dann wollen wir mal hier für Lärm sorgen. Fertig. Oh, doch hier. Na. Ja, wir haben ja mal jetzt auch einmal in den Kopf gucken können. Es ist wunderschön. Na, da kann man auch einmal gegenlaufen, ja, so. Ist jetzt nicht der Kracher. Und komm jetzt. Komm, der muss doch hier eine Waffe haben oder so. Nichts. Was ist das denn für ein Autohändler, bitte? Jeder normale Autohändler hat doch eine Waffe bei sich. So ist es in Amerika, da hat doch jeder eine Waffe. Da gibt es auch keine dicken Frauen, wo kommen die dicken Zombies her? Okay, das sind dicke Männer, die gibt es schon. Das ist ja schlimm alles. Alles richtig schlimm, Mann. Was soll das? Zack. Mit Problemen. Warum sind hier auf einmal so viele Zombies unterwegs? Ach ja, der Infektionswerk. Oh, da kommt die Mauer eben weg. Mal woanders, du Arsch. Was ist denn überhaupt da? Den Infektionsherd beseitiget. Töck. Das soll es. Ja, soviel zum Infektionsherd. Oh, hier waren wir sogar schonmal. Wird langsam ziemlich voll hier. Genau, was war das denn? Und FPS Einsturz. So, fahren wir hier gleich nochmal lang und gucken, ob sich da alle gesammelt haben. Damit haben wir aber die nächste Karre im Arsch gefahren. Das ist nicht so cool. Ja, wir konnten doch hier bestimmt irgendwo noch was aufwerten. Anscheinend nicht. Ach ja, das Fitnessstudio könnten wir noch aufwerten. Machen wir das Ganze nochmal so. Dann haben wir unsere Wumme nach. Und dann geht es schon wieder raus. Was haben wir hier? Ablenkung. Okay, und nochmal. Mit der Bullenkarre nochmal dahin. Oh, da ist eine Zombie-Horde. Oh, geht's euch an? Gut, upsala. Mit so Problemen oder was? Nicht schon wieder, Alter. Jade? Na, was gibt's denn hier schon? Sieht aus wie nichts. Dahinter irgendwas? Nö. Soll der denn hier sein? Okay. Hm. Wir sind. Wir sind. Ich bin. Wir sehen uns wieder in der Basis. Wir sehen uns bald. Ich könnte etwas Essen benutzen. Ja, ja, ja. Ja. Also man merkt schon, es geht schon mehr ab als vorher. Dann suchen wir erstmal nach Angeln. So, die Karre ist durch. Jetzt ist also die andere. Dann haben wir die hier. Nahtiger, lass es sein verbleiben. Also ich meine, wir waren hier schon mal drin und hier würde es jetzt eigentlich theoretisch nichts mehr geben, oder? Oh, hier gibt es jetzt auch was. Das ist ja geil. Ich bin mittlerweile auch total raus, also, äh, aus der Nummer. Aber was heißt aus der Nummer, also? Ich bin glücklich, dass sie das nicht hören haben. Oh, ja, ich habe da vorhin, äh, habe ich das nicht aufgesammelt? Okay, habe ich nicht, äh, und schnell wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Wir packen eine kolde. Da geht's. Nicht sagen, dass ich nie etwas nie gegeben habe. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Aha! Aha. Jo, und damit würde ich sagen, mach mal hier mal eine kleine Aufnahmpause. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, Zombies klatschen im State of Decay. Rot da rein. Ciao mit V. Jo.